So Alex, heute pimpen wir nochmal die R6-Kupplung oder auch R7-Kupplung von RZT. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Verbesserung, die man da durchführen kann. Und ja, das Schöne ist auch, es gibt sie jetzt wieder. Und was man daran verbessern kann und was man da ändern kann, damit sie noch besser wird, und die ist ja schon wirklich gut, das zeigen wir euch heute. Wir legen los. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So Alex, heute gibt es eine richtig geile Optimierung für die RZT R6-Kupplung oder auch R7-Kupplung. Man kann diese Kupplung, die ja eigentlich schon wirklich richtig gut ist, nochmal ein bisschen pimpen. Und zwar, wir zeigen euch das jetzt mal ganz kurz. Hier sind nämlich Kupplungsbeläge verbaut, wie man sieht. Die haben hier nur so einen ganz dünnen, ja, so einen ganz schmalen Auflagepunkt. Wir haben hier mal so eine Kupplungsscheibe aus dieser Kupplung. Und zwar sind diese Auflagepunkte, warte mal, jetzt muss ich nur den richtigen nehmen hier, der ist das. Der hat nur eine Auflage von 1,39, also 1,4 Millimeter. Und das Problem ist, dass wenn diese Kupplungslamellen dann hier in dem Korb drin sitzen, dass die dann hier eben nur eine ganz schmale Auflage haben, kann man das erkennen, ja. Und von der Höhe her sieht man auch, dass hier der Platz überhaupt nicht ausgenutzt wurde. Dann gab es irgendwann dann zu kaufen diese sogenannten Reso-Belege, das kann man auch nochmal ganz kurz zeigen. Die sind dann oben von diesen Pitten, also unten ist das alles gleich, von der Breite der Scheibe sind die wirklich identisch. Nur, dass man hier oben diese Pitten, vielleicht sieht man das, so T-förmig ausgearbeitet hat, so dass man hier eine gewisse breitere Auflage hat. Können wir jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen. Und das sieht man dann auch, dass man hier wesentlich breitere Auflage hat. Wir können ja nochmal die andere daneben stecken, dann seht ihr den Unterschied. Ja, also es ist schon deutlich, was da eigentlich fast das Doppelte will. Wir können es nochmal ganz kurz messen. Die andere hatte 1,4, ne? Ja. Dann messen wir die jetzt nochmal. Und die hat 2,6. Ja, also 1,2 Millimeter mehr als die andere Scheibe. Und das ist schon mal deutlich mehr Auflagefläche. Aber jetzt gibt es nochmal eine deutlich bessere Kupplungslamellenvariante. Und zwar von der Firma Langtuning. Das sind sogenannte Evo-Belege, Evo-Reibbelege. Und die haben nochmal einen ganz, ganz tollen Vorteil, dass man hier diese Zapfen, man sieht das hier auch, dass man die so rund ausgearbeitet hat und hier an den Seiten nochmal so ein bisschen nach oben gezogen hat. Und wenn man die hier in den Korb einlegt, also die haben auch die breite Auflage, wie man sieht, aber hier siehst du, dass sie oben wirklich am Kupplungskorb entsprechend abschließen. Währenddessen bei den anderen, können wir ja nochmal ganz kurz reinlegen, da ist es halt so, dass die einstehen, ne? Ja. Also du siehst hier, da wurde ein bisschen Material verschenkt. Und wer diese Aluminium-Belege kennt, die sind ja wirklich okay, aber der weiß auch, dass die sich im Laufe der Zeit nach 5.000, 6.000 Kilometern kann man zugucken, wie das hier immer weniger wird. Und teilweise verkürzt sich hier dieser Bereich hier um fast einen Millimeter und dann fangen die an zu klappern. Und ja, finde ich also eine richtig gute Innovation. Und der Reibbelag ist auch nochmal optimiert. Das heißt, er ist auch nochmal griffiger und auch langlebiger als diese anderen Kupplungsbelege. Und Alex, es gibt noch einen ganz tollen Vorteil. Hier steht LT drauf, wie du siehst, kann man das sehen? Ja. Ja, das LT ist genau so von der Tiefe her, dass wenn die Schrift nicht mehr zu erkennen ist, dann weiß man, die Kupplungsbelege sind aufgebraucht. Und das ist quasi, ja, wie bei den Bremsbelägen beim Auto, ne? So eine Art Verschleißanzeiger und dann weiß man genau, man muss die Kupplungsbelege ersetzen. Ja, wenn sie nicht vorher rutschen natürlich. So, wir werden jetzt mal anfangen und diese, also das ist eine originale RZT-R6-Kupplung. Wir nehmen jetzt mal ganz kurz die Federn raus und dann werden wir die mal... Meinst du, bei der R6 oder R7 rutscht nochmal irgendwas? Also eigentlich nicht, die überträgt wirklich mega viel Newtonmeter. Und ich finde die Kupplung auch wirklich richtig gut. Ziehst du die Federn nochmal nach, dann kuppelst du mit einem blanken Halo, ne? Ja, dann machen wir ja demnächst nochmal eine kleine Optimierung, aber nicht heute. Da warte ich noch auf Teile und dann zeigen wir euch das auch nochmal. So, wir nehmen jetzt mal ganz kurz hier die Federn raus. Also die zieht sich wirklich mega leicht. Das ist unfassbar. Man bräuchte vielleicht für eine Serienmaschine tatsächlich nur drei Federn. Und für eine, ja, ich sag mal, ein bisschen getunte 60er reichen wahrscheinlich auch vier Federn. Aber ich habe bei meiner schnellen, obwohl ich es mit vier Federn ausprobiert habe, da rutschte auch nichts durch, habe ich dann doch sechs Federn reingemacht, weil die Kupplung einfach zu leicht geht, ja? Also ich brauche da so ein bisschen Druckpunkt, damit man da auch vernünftig mitarbeiten kann. Aber die ist wirklich sensationell leicht, die Kupplung. Und das auch schon eingebaut hier dieses, wie heißt das hier, Druckplattenlager schon drin ist. Das ist auch wirklich richtig gut. Also tolle Kupplung und ich verrate dir mal ein Geheimnis, Alex. Ich habe mir jetzt nochmal drei Stück bestellt, weil ich werde alle Maschinen damit ausrüsten, weil die echt überzeugt finde ich. So, jetzt nehmen wir die mal raus, aber wir haben natürlich diese Kupplung dann entsprechend auch mit diesen anderen Belegen ausgestattet. Ist mit Sicherheit auch ein Kostenpunkt irgendwo, weil dann würde die Kupplung natürlich noch viel mehr kosten. Und ja, wir bauen die jetzt mal ganz kurz ein. Wenn ihr euch die bestellen solltet, achtet bitte drauf, wenn ihr euch so einen Satz bestellt, dann sind da immer nur fünf Stück drin. Damit kann man also auch ohne weiteres jetzt so eine normale Fünf-Lamellen-Kupplung ausstatten oder auch eine Vier-Lamellen-Kupplung ausstatten. Ist auch kein Problem. Aber es ist natürlich so, dass die Sechs-Lamellen-Kupplung jetzt eine Scheibe mehr erfordert. Das heißt, ihr müsstet euch dann eine dazu bestellen. Und kriegt man aber auch einzeln die Dinger. So, wir legen jetzt mal ganz kurz hier die, wo sind sie denn, die Lamellen, die Stahlscheiben ein. Die sind ja so ein bisschen anders bei der R6-Kupplung. So, dann nehmen wir hier einen von den Evo-Belegen und dann zeigen wir euch das gleich mal. Das sieht nämlich dann wirklich richtig gut aus, wenn das fertig ist. So, wieder eine Scheibe. Also das ist hier nur die Sechs-Lamellen-Kupplung. Die gibt es ja auch noch mal als Sieben-Lamellen-Kupplung. Aber ich vermute mal, dann brauchst du ja wirklich richtig Leistung, Alex. Also bis die anfangen zu rutschen, dann... Willst du die eigentlich auch noch einbauen in deine Originale? Nee. Von der Technik her mit den Federn, ja. Das ist Hammer. Also ich finde das richtig gut. So, haben wir jetzt sechs? Weiß ich... Oh, scheiße. Vielleicht gibt es hier nochmal einen serienfreundlichen Kompromiss davon. Jetzt ist gerade wieder alles rausgerutscht hier. So, nochmal. So, jetzt gucken wir nochmal. Wie viel haben wir jetzt drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. So, dann machen wir den Deckel nochmal drauf. Und jetzt zentrieren wir uns die nochmal eben kurz hier in dem Kupplungskorb. Und dann sieht man gleich auch, wie schön diese Belege da in dem Kupplungskorb drin sitzen. Ich mache jetzt mal exemplarisch einfach nur mal zwei Fehlern rein hier. damit uns die nicht auseinander fällt. Also die hat wirklich richtig Reserve, die Kupplung. Das ist also ähnlich wie diese K7, aber ist natürlich deutlich preiswerter. Ich glaube, die K7 kostet irgendwie 420 oder so. Und diese hier liegt ja bei 198, also da kann man eigentlich nicht meckern für den Preis. Dafür hat die wirklich richtig gut Performance. So, und jetzt sieht man hier auch sehr schön, wie das hier, wie wir vorhin gezeigt haben, hier auch anliegt. Ja, also vollflächig. Und da hast du dann wirklich eine richtig gute Kupplung. Und wie gesagt, ihr könnt also auch ohne weiteres eure 5-Lamellen-Kupplung damit ausrüsten. Hier sind noch die Evo-Belege drin. Aber wenn ich mir jetzt neue hole, Alex, dann nehme ich die. Die sind also von der Höhe her, wie man sieht, ein bisschen optimierter. Ja, wollten wir euch mal zeigen. Und probiert es mal aus. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die findet, die Belege. Aber eine läuft ja damit schon, Alex, und richtig knackig. Baut gut hin. Also, wenn ihr noch Bock habt, hier sind noch ein paar Videos oder hier. Und ja, bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.